Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit, sie schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos Morgens fahren die Helferautos aus ihren Garagen raus. Wer ist der Erste? Das ist ein roter Traktor mit einem Anhänger. Auf dem Anhänger ist eine Kuh. Müssen wir die Kuh auf den Bauernhof bringen? Traktor, na dann los! Der Traktor nähert sich der Kreuzung. Bei grün darfst du fahren. Steig aus, Kuh! Hört ihr die Kuhglocke? Der rote Traktor fährt zurück zur Garage. Und das ist ein grüner Traktor mit einem großen grünen Anhänger. Der Traktor wird in seinen Anhänger Heu laden und zum Bauernhof bringen. Futter für die Tiere! Futter für die Tiere! Der Traktor hat der Kuh-Heu gebracht. Wer kann uns helfen, es abzuladen? Ja, natürlich, der Gabelstapler. Vorne hat er Ladegabeln. Damit kann er große Heuballen aufladen und abladen. Lass uns los, Gabelstapler. Die Ampel ist rot. Du musst anhalten. Jetzt darfst du weiterfahren. So viele Heuballen. Guten Appetit! Der Gabelstapler fährt zurück zur Garage. Und das ist ein Milchwagen. Er hat einen großen Tank. Der Milchwagen fährt auch zum Bauernhof. Die Kuh hat den ganzen Tag Heu gefressen. Deshalb gibt sie auch viel Milch, wenn wir sie melken. Die Milch wird in den großen Tank gefüllt. Dankeschön, Kuh! Helferautos D Das war's für heute.